Herzlich Willkommen zu einem weiteren Tutorial von der PCjaggle. Heute zeige ich euch, wie ihr Dateien mit der Dateiendung .ra entpacken könnt. Dafür brauchen wir zuerst mal eine .ra-Datei. Die habe ich hier jetzt mal vorbereitet. Und die öffnen wir jetzt einfach. Man benötigt das Programm WinRar. Den Link zu WinRar findet ihr in der Beschreibung. Und dann öffnet sich hier dieses WinRar-Fenster. Da sehen wir jetzt den Ordner und das wird das was sein wird nach dem Entpacken. So wird es nach dem Entpacken aussehen. Das kann man öffnen und das sind dann diese Dateien. Und um die jetzt zu entpacken, haben wir die hier, wählen die aus und drücken auf Entpacken nach. Da kommen jetzt dann verschiedene Optionen. Da kann man einstellen, wohin es entpackt wird. Das kann man auch hier auswählen. Und dann drücken wir her. Ich entpackte es jetzt mal auf den Desktop. Und das drücken wir jetzt einfach mal auf OK. Und die Datei wird entpackt. Ich verwende da jetzt die WinRar-Version 3.9.3. Geht aber natürlich mit allen anderen WinRar-Versionen ähnlich. Den Link zur WinRar-Homepage, wo ihr das Programm herunterladen könnt, findet ihr in der Beschreibung. Ja, das war es dann eigentlich auch schon wieder über einen, wenn ihr uns abonniert, würden wir uns sehr freuen. Und auch ein Feedback auf unserer Website wäre schön. Den Link zu unserer Website findet ihr in der Beschreibung und dort findet ihr auch den Download-Link für das Video. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen und schaut euch wieder ein Video von euch an und bis bald bei der PC Checker. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen.